Und die nächste Verletzungspause, wieder hat es Tabea Kemme erwischt. Diesmal dürfen die Betreuer auch rein. Also das nennt ich jetzt mal sehr effizient, was der FC Bayern da gezeigt hat. Erste klare Chance. Langjährige Torhüterin, die ja eine interessante Persönlichkeit auch ist. Im Bild gesehen, eine kleine Schottin. Das wird jetzt eine richtig interessante heiße Schluss. Das Niveau einer Mannschaft wie Turbine. Der Ball bewegt, da gibt es eben, einer verlässt sich auf den anderen. Das ist eine Frage auch der Qualität der einzelnen Spieler und auch dann der Routine. Und da haben wir eine junge Spielerin reingepasst bei dem 3.